Hallo ihr Lieben und Willkommen zu einem neuen Video von mir. Wie ihr seht, ist das nicht mein gewöhnlicher Hintergrund. Ich bin wieder unterwegs diese Woche in Berlin. Ich bin in letzter Zeit nur am Reisen. Aber das soll natürlich nicht heißen, dass der Frisurenfreitag für euch diese Woche ausfällt. Wieso ich jetzt noch nicht die passende Frisur habe, ist, weil ich euch meinen Haarschnitt zeigen wollte. Ich habe bei Instagram dieses Bild hier gepostet, woraufhin fast jeder durchgedreht ist, weil er dachte, ich habe jetzt so einen mega kurzen Bob. Aber das Prinzip ist einfach nur so gewesen, dass ich alles auf eine Länge hatte und mich das genervt hat und ich gesagt habe, ich möchte ein paar Stufen rein, vielleicht einen seitlichen Pony, der es im Endeffekt auch gewesen ist. Von daher habe ich, nachdem alle durchgedreht sind, dieses Bild gepostet, wo man sehen konnte, dass von der Grundlänge eigentlich noch relativ viel erhalten geblieben ist. Dadurch aber, dass ich so kurze Strähnen teilweise habe, beziehungsweise Stufen, ist ungefähr so an einem Stück mal 30 cm abgekommen, von daher die Haarmenge. Ich bin ganz zufrieden, obwohl es mich, ehrlich gesagt, wieder ein bisschen jünger aussehen lässt, was ich nicht so gut finde, denn, ja, irgendwie, ich weiß auch nicht, wollte ich davon ein bisschen wegkommen, weil, ja, es mich ein bisschen stört, aber ist egal, so ist es nun mal, mir gefällt es für den Sommer und in drei Monaten spätestens wird es wieder ganz anders aussehen. So, aber weil es heute um was ganz anderes gehen soll, werde ich euch die heutige Frise natürlich nicht vorenthalten, deswegen, ja, klicken wir einmal direkt zu ihr. Also, das ist die heutige Frisur, die ich euch nachmachen werde. Sie ist inspiriert von Taylor Swift und ich finde sie selber besonders für den Sommer, Frühling, wunderschön, aber auch für alle abendlichen Anlässe. Von daher hoffe ich, dass sie euch gefällt und ihr dran bleibt. Im Anschluss kommt dann wie immer das Tutorial. Ich werde mir jetzt mit meinem Kamm die obere Partie hier abtrennen, damit ich gut an die unteren Haare komme, aus denen ich dann eine Flechtung mache. Dafür verwende ich eine ganz normale Haarspange, gehe hier einmal mit dem Kamm rein und nehme mir die obere Haare einfach weg. Ihr könnt auch einfach drunter greifen, aber ich glaube, so ist es ein bisschen einfacher, denn dass man die Haare aus dem Weg hat und sie einen eben nicht mehr stören. So, dann nehme ich mir hier eine relativ breite Strähne raus. Achtet drauf, dass ich hier vorne noch ein bisschen Haare lasse. Ihr werdet nachher sehen, warum. So, ich glaube, das müsste reichen. Gehe einmal mit den Fingern durch, damit keine Knoten drin sind und fange jetzt an, die ganz normalen zu flächeln. Ich trenne das jetzt noch so ein bisschen auf, beziehungsweise ziehe das so ein bisschen auseinander, damit es den Anschein erweckt, dass man dickeres Haar hat, beziehungsweise eine dicke Strähne zur Verfügung hatte, für die Leute mit dünnem Haar von euch, unter euch, ist es auf jeden Fall ein guter Trick und die Flechtung sieht gleich viel dicker und luminöser aus und ja, es kommt dann einfach ein bisschen besser hinvor. Jetzt kommt der Trick und zwar, je nachdem wie lang euer Haar ist, sprich, wenn ihr das nachher rüberlegt, bei mir geht es einmal um den Kopf, wenn ihr aber kürzeres Haar habt und es geht nur bis zur Mitte, dann macht ihr diesen Schritt bitte genau so auf der anderen Seite und legt ihn drüber, sodass ihr beide Flechtungen in der Mitte verbindet. Dadurch legt euer Zopf eben auch so, als würde er einmal rumgehen. Bei mir reicht es aber, wenn ich das zum Beispiel nur einmal rumlege, von daher, genau, reicht es für mich jetzt mit einer Flechtung. Aber wie gesagt, für die, die kürze Haare haben, die machen das bitte auf der anderen Seite auch. Und genau, die Spange kann ich jetzt schon lösen und dann kommt auch der nächste Schritt. Also ich habe mich jetzt doch dazu entschieden, dass ich die Flechtung auch auf dieser Seite mache, um euch zu zeigen, wie es dann aussieht. Ich bin genauso vorgegangen, dass ich mir von der unteren Partie einfach eine Strähne abgenommen habe und geflechtet habe und jetzt habe ich die beiden hier miteinander verbunden und jeweils hier und hier mit einer Haarspanne fixiert. So einfach ist es und wir gehen jetzt rüber zum nächsten Schritt. Was ich als nächstes mache, ist mir einen französischen Zopf zu flechten und wie das geht, habe ich euch in meinem Basic-Video zusammengefasst. Falls ihr nicht wisst, wie ein französischer Zopf funktioniert, schaut in der Infobox vorbei, dann werde ich euch. Also da könnt ihr das noch einmal sehen. Ich gehe jetzt wie folgt vor, dass ich alle Haare dafür verwende und einfach von dieser Seite nach hinten hin einen französischen Zopf flechtel. und ich gehe jetzt auf die Haare dafür verwende ich euch. Musik So weiter und genau dasselbe mache ich jetzt noch einmal auf der anderen Seite. Also ihr habt beide Seiten geflochten? Super, dann kommt auch schon der nächste Schritt und dafür werde ich mich einmal für euch umdrehen. Also das was ich jetzt mache ist einmal die geflochtenen Zöpfe so wie ich gerade möchte um meinen Kopf bzw. an meinem Kopf zu fixieren. Das heißt ich gehe einfach von der Seite von der sie geflochten wurde einfach zur gegenüberliegenden Seite und gehe dann wieder zurück. Je nachdem wie lang eure Haare sind müsst ihr natürlich entweder öfter oder weniger oft hin und her mit eurer Flechtung gehen. Bei mir ist es so geworden dass ich einmal hin musste und einmal wieder zurück um dann das Zopfgummi zu verstecken. Da ich leider nicht zu Hause bin habe ich nicht meine kleinen durchsichtigen Zopfgummis sondern diese großen schwarzen bei denen ich mich natürlich mehr bemühen muss sie zu verstecken. Aber wenn ihr meine Videos verfolgt dann wisst ihr welche ich meine bzw. welche ich immer benutze. Falls ihr solche habt wird es euch natürlich sehr viel einfacher fallen sie zu verstecken oder ihr lasst die Zopfgummis ganz weg und lasst euren Zopf sozusagen offen auslaufen und fixiert ihn dann einfach mit einer Haarspange unter einem anderen Zopf. So habt ihr gar keine Probleme irgendwelche Zopfgummis oder Bänder verstecken zu müssen. Und das war es mit der Frisur. Ich hoffe ihr konntet es gut nachvollziehen und könnt es jetzt selber an euch oder an euren Liebsten anwenden. Im Anschluss kommt nochmal ein Rumunblick und da könnt ihr nochmal ganz genau sehen wie die einzelnen Strähnen miteinander verfließen bzw. von wo sie überall her kommen. Also ihr Lieben ich hoffe euch hat dieses Video gefallen. Und würde mich natürlich auch freuen wenn ihr bei meinen anderen Videos vorbeischaut. Hier unten in der Ecke sehen wir einmal meinen Frisurenfreitag den ich bei den Liebster Clean gemacht habe. Und hier in der Ecke sehen wir einmal meinen anderen Frisurenfreitag den ich bei mir selber gemacht habe. Ich würde mich freuen wenn ihr das nächste Mal wieder vorbeischaut. Schaut auch hier in meinen anderen Social Network Seiten vorbei wie Twitter, Facebook und alles andere. Da poste ich täglich Bilder oder Dinge die ich gerade so mache. Von daher würde es mich freuen wenn ihr ihr entweder folgt oder wenigstens vorbeischaut. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin wie immer alles Liebe. Ciao.